Gut, Deckung steht, blockt viele Schläge. Und jetzt ist eine Linke drin, ist ein linker Konter von Peter Berkowitsch im Ziel. Und Dimitrenko wird angezählt. Das war ein linker Haken, der hat gesessen an der Kinnenspitze. Da muss Dimitrenko natürlich aufmerksam sein. Hier war er nicht aufmerksam. Und im Moment, wir gucken, dass wir das nochmal kriegen in der Zeitlupe. Also da ist der Konter, jawohl, und die Linke genau...